Hallo, können Sie mir helfen? Ich möchte zum Bahnhof. Ja, ich kann Ihnen helfen. Der Bahnhof liegt in diese Richtung. Danke, ich muss den Zug bekommen. Meine Freundin wartet dort auf mich. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Bitte schön. Ich muss mich beeilen. Der Zug kommt in ein paar Minuten. Ich stehe auf der Rolltreppe. Gleich sehe ich meine Freundin. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Hallo Julia, wie geht es dir? Hallo Peter, mir geht es gut. Gibt es etwas Neues? Ja, das erzähle ich dir gleich. Okay, wo warst du eben? Ich war bei meinem Vater. Geht es ihm gut? Geht es ihm gut? Ja, er ist gesund. Ja, er ist gesund. Das freut mich. Ich mag deinen Vater. Hast du den Bahnhof schnell gefunden? Hast du den Bahnhof schnell gefunden? Ja, ich habe einen Passanten nach dem Weg gefragt. Ich habe einen Passanten nach dem Weg gefragt. Das war sehr freundlich von ihm. Das war sehr freundlich von ihm. Der Zug fährt gleich in den Bahnhof hinein. Der Zug fährt gleich in den Bahnhof hinein. Lass uns in den Zug einsteigen. Lass uns in den Zug einsteigen. Wohin fahren wir jetzt? Wir fahren zu meinem Haus. Dort werde ich uns etwas kochen. Ich freue mich auf das Essen. Ich freue mich auf das Essen. Danach könnten wir auch einen Film schauen. Danach könnten wir auch einen Film schauen. Das hört sich gut an. Ja, wir machen es uns gemütlich. Wir machen es uns gemütlich. Was ist denn jetzt die Neuigkeit? Das erzähle ich dir gleich, wenn wir bei dir zu Hause sind. So, wir müssen hier aus dem Zug aussteigen. Ich bin gespannt auf dein Haus. Ich bin gespannt auf dein Haus. Mein Haus ist am Ende von dieser Straße. Mein Haus ist am Ende von dieser Straße. Mir gefällt dein Haus. Mir gefällt dein Haus. Danke, lass uns ins Haus gehen. Danke, lass uns ins Haus gehen. Willkommen in meinem Haus. Willkommen in meinem Haus. Soll ich dich herumführen? Soll ich dich herumführen? Ja, gerne. Ich sehe dein Wohnzimmer von hier. Ich sehe dein Wohnzimmer von hier. Ja, lass uns ins Wohnzimmer gehen. Hier schaue ich oft Fernsehen. Außerdem lese ich manchmal auf dem Sofa. Mir gefällt dein Wohnzimmer sehr. Willst du mir deine Küche zeigen? Ja, folge mir. Hier koche ich Essen. Ich werde jetzt für uns kochen. Alles klar, ich warte dann im Esszimmer auf dich. Alles klar, ich warte dann im Esszimmer auf dich. Ich bin fertig mit dem Essen. Ich bin fertig mit dem Essen. Danke, ich habe mir Mühe gegeben. Lass uns essen. Sonst wird es kalt. Du hast recht. Ich fand es sehr lecker. Ich fand es sehr lecker. Kannst du mir sagen, wo das Badezimmer ist? Kannst du mir sagen, wo das Badezimmer ist? Den Gang runter und dann rechts. Ich muss meine Hände waschen. Danach schaue ich einen Film mit Julia. Danach schaue ich einen Film mit Julia. Welchen Film sollen wir schauen? Welchen Film sollen wir schauen? Wie wäre es mit einem lustigen Film? Wie wäre es mit einem lustigen Film? Okay, lass uns noch Popcorn machen. Okay, lass uns noch Popcorn machen. Einverstanden. Setz dich auf das Sofa. Ich bringe uns Popcorn. Setz dich auf das Sofa. Ich bringe uns Popcorn. Ich kann dir auch helfen, das Popcorn zu machen. Ich kann dir auch helfen, das Popcorn zu machen. Ich muss das Popcorn nur in die Mikrowelle stecken. Das schaffe ich. Ich muss das Popcorn nur in die Mikrowelle stecken. Das schaffe ich. Vergiss nicht, mir die Neuigkeit gleich zu erzählen. Vergiss nicht, mir die Neuigkeit gleich zu erzählen. Alles klar, ich warte dann hier auf dich. Alles klar, ich warte dann hier auf dich. Die Neuigkeit verrate ich dir nach dem Film. Die Neuigkeit verrate ich dir nach dem Film. Ich freue mich auf das Popcorn und den Film. Ich freue mich auf das Popcorn und den Film. Das Popcorn ist fertig. Jetzt können wir den Film schauen. Jetzt können wir den Film schauen. Der Film war toll. Danke, dass du mich eingeladen hast. Der Film war toll. Danke, dass du mich eingeladen hast. Mir hat es auch gefallen. Mir hat es auch gefallen. Jetzt erzähl mir die Neuigkeit. Jetzt erzähl mir die Neuigkeit. Ich habe mich mit Anna verlobt. Ich habe mich mit Anna verlobt. Das freut mich sehr für euch. Das freut mich sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst.